Wir haben schon extremen Respekt vor München. Ich glaube, dass sie natürlich wieder Haussauer-Favorit sind auf den Titel, sind jetzt schon mit sehr vielen Punkten Vorsprung einer Tabellenspitze. Nichtsdestotrotz müssen wir uns auch vor Augen halten, dass wir bis jetzt gegen jeden Gegner, und egal, wie es war, ob das Champions League-Aspirante mit Leverkusen, Schalke war, oder UEFA-Cup-Aspiranten mit Wolfsburg, dass wir in jedem Spiel mitgehalten haben, dass sie in jedem Spiel durchaus die Chance hatten, so ein Spiel auch zu gewinnen. Und genau mit diesem Ansatz müssen wir auch nach München fahren. Ja, natürlich ist die Ausgangssage eindeutig, aber ich glaube, die wäre es auch, wenn wir nicht 18er wären. Bei den Bayern zu spielen ist immer gerade im Moment eine Riesenaufgabe, aber es ist auch immer ein Highlight für jeden. Und ich glaube, so sollten wir es angehen, als absolutes Highlight-Spiel sehen. Und ja, im Prinzip rechnet keiner mit uns, aber wir müssen trotzdem an uns glauben und die wenigen Chancen, die sich vielleicht bieten, dann versuchen irgendwie zu nutzen. Ja, die Kleinigkeiten. Man macht vielleicht das Tor selber nicht und kriegt dann hinten ein dummes Gegentor oder so. Verlierst du dann Spiele, statt sie selber zu gewinnen, und das sind die Kleinigkeiten, an denen man arbeiten muss. Und vielleicht soll es auch einfach mal ein dreckiges 1-0 sein, in dem man 90 Minuten schlecht spielt. Dann ist es uns auch völlig egal. Ich glaube, ein Erfolgserlebnis ist wichtig und darauf arbeiten wir hin. Ja, es sind zu viele Gegentore, ohne Frage. Es gibt schon einen Grund, warum wir da unten drinstehen, dass wir auch natürlich zu viele Tore bekommen haben. Ja, das ist ein Wert, den wir verbessern müssen. Prima zählt aber jetzt die Punkte. Und es ist egal, wie viele Gegentore wir dabei fangen, wenn da drei Punkte der Brauer springen. Ich denke, wer die Spiele gesehen hat, natürlich nicht immer über 90 Minuten leider. Aber ich denke, der hat gesehen, dass wir phasenweise wirklich keinen schlechten Fußball gespielt haben. Nur der Erfolg ist bisher ausgeblieben und dem müssen wir uns weiter erarbeiten und wie gesagt weiter an uns glauben. Und das ist, denke ich, auch das A und O, dass wir jetzt nicht sagen, wir haben es verlernt, wir können es nicht. Sondern wir glauben weiter daran und dann müssen wir einfach nur mal dieses Erfolgserlebnis haben.